Beide schweigend beieinander und blickten auf das weite Meer hinaus. Und blickten auf das weite Meer hinaus. Da flüsterte sie schon, der Mond ist heute riesengroß. Die Nacht ist viel zu schön, um hier zu enden. Es ist hier so romantisch, ich bin schon ganz atemlos. Und sie fasste ihn ganz sanft an beiden Händen. Da sagte du, der Durchmesser des Monds am Fernland ist Konstantin dreißig vor dem Niederzimmer. Also ungefähr ein halbes Grad, das ist ganz evident. Es fährt falsch, verschiedene Größen zu vermuten. Und sie saßen eine ganze Weile schweigend beieinander und blickten auf das weite Meer hinaus. Und blickten auf das weite Meer hinaus.